Deutschland ist schön und sicher. Wir lieben unser Land und die Menschen, die hier leben. Denn wir sind Teil von ihnen. Wir sind modern und schlagkräftig. Wir arbeiten im Team und mit neuster Technik. Um in Feuerkampf, Mobilität und Aufklärung überlegen zu sein. Wir sind gut ausgebildet, motiviert und hochqualifiziert. Ob auf dem Wasser, zu Lande oder in der Luft. Unsere Ausbildung hört niemals auf und wir entwickeln uns stetig weiter. Partnerschaft zu unseren Verbündeten ist uns wichtig. Wir stehen für Demokratie und schützen Menschenrechte – überall, wo es erforderlich ist. Und wir helfen, wenn Menschen in Not sind. Wir sind für die Zukunft vorbereitet. Wir sind einsatzbereit und erfüllen unsere Aufgaben jederzeit. Wir stehen für Frieden in Deutschland, Europa und der Welt. Und für unsere aller Sicherheit. Und wir sind für die Überzeugung jederzeit.